Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Part 3. Und bevor ich weitermache, wir waren gerade an der Stelle, als dieser komische Priester da den Strom abgeschalten hat. Und den muss ich jetzt wieder einschalten. Ach du Scheiße. Ich bin übrigens gerade im Keller. Also, habe ich natürlich Angst. Hallo? Oh, fuck. Das ist nur meine Hand. Das ist nur meine Hand. Hallo? Oh, fuck. Warum hängt da eine Leiche? Oh, fuck. Ich habe Angst. Ich habe gerade richtig Angst. Okay, egal. YOLO. YOLO. Ah, sag mal hier. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Okay. Ich trau mich jetzt gar, mich umzudrehen. Weil ich halt da so eine Vermutung habe, dass da ein ganz böser Mensch hinter mir steht. RUAAA! Okay, alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe Angst. Hallo? 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 Okay, einfach da rein, oder? Fuck. Wieso ist die scheiß Türe jetzt abgeschlossen, Alter? Oh nein, meine Batterie ist fast leer. Also, übrigens nicht wundern, falls meine Cam jetzt woanders ist, also in einer anderen Ecke. Das liegt einfach daran, was sind das für Geräusche? Äh, das liegt einfach daran, dass die, die andere Cam, also in den anderen Parts, die Batterie verdeckt hat. Also rechts oben. Hallo? Oh, okay, schnell. Oh. Oh, fuck. Oh. 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 Ich hab so fucking Angst. Ich hab so fucking Angst. Meine Batterie ist schon fast wieder leer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da liegt was. Da liegt glaube ich Batterie. Oder was ist da? Oh, ich hab so fucking Angst. Ja. Batterie. Hallo? Was macht das so Geräusche? Alter, ich hab so Angst. Ich trau mich da gar nicht mehr raus. Fuck. Okay, ganz ruhig Daniel. Ich hab alles im Griff. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Hallo? Es ist alles gut. Daniel. Oh. 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 Was will der? Geh weg von mir. Du hässlicher Barstatter. Fuck. Okay, schnell. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo ist der? Ja, power. Los ab. Verpiss dich. Los. Geh weg. Ich hab... Was war das gerade für ein Geräusch? Das war nicht ich. Da muß ich rein. Ah, fuck. F**k Renn Renn schnell F**k F**k Oh corpse coeur Oh 축 Hein Lass mich in Ruhe Scheiß 1 F**k Heil Scheiß Hilfe! Oh fucking bullshit! Fucking bullshit! Oh fucking bullshit! Ah! Ich schaff das nicht mehr, also ich schaff das nicht mehr lang. Ich bin am Arsch, ich bin fertig. Ich fühle mich nicht gut. Okay, schnell. Drück die Scheiße. Okay, sehr gut. Kommt der jetzt wieder? Kommt der jetzt wieder? Was war das grad? Oh scheiße, geh mal da rein, schnell. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab grad so das Gefühl gehabt, und ich glaub ich hab diesen dicken gesehen. Kann das sein? Oh fuck! Nee, da ist der andere! Dieser dünne, eklige... Oh fuck! Oh oh fuck! Oh! Oh nein! Bitte! Lass die Tür zu! Ich mein's ernst! Lass die scheiß... Tür zu! Ist er weg? Meine Batterie ist schon wieder fast leer, das gibt's doch nicht! Verdammt! Die geht so schnell leer! Was sind das eigentlich für scheiß Batterien? Hey, ganz ehrlich! Okay, ich geh mal raus! Ich hoff der ist weg! Hallo? Okay, gut! Okay Daniel! Du gehst jetzt raus! Ist hier noch irgendwo ne Batterie vielleicht? Fucking bullshit! Hallo? Boah! Oh fuck! Okay, der ist dahinten! Der ist dahinten! Wo kommt... Okay, der kommt da lang! Okay, schnell, schnell, schnell! Alles gut, Daniel! Alles gut, Daniel! Alles gut, Daniel! Es ist gar nix gut, ich bin am Arsch! Meine Batterie ist gleich leer! Fuck, 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 fuck! Schnell, 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 schnell! Oh fuck, der kommt! Schnell! Was? Oh, ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Oh man! Ich hab die zwei Dinger doch eingeschaltet! Was soll das eigentlich? Schaltet die beiden Gaspuppen ein und betätigt den Hauptschalter um... Ja, da ist er doch! Ich hab sie doch... AAAAAAAH! Scheiße, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Du Motherfucker! Nachtsicht aus! Ich hab die ohne dich an, die scheiß Nachtsicht! Geh da rein! Geh da rein! Oh! Ich hab die ohne dich angeschaltet! Ach! Ich leck mich doch am Arsch! Ich bin fertig! Ich hab grad so Gänsehaut und ich zittere wie ein Walrus! Ja, da ist sie doch! Ich hab sie doch! Ist hier irgendwas? Da waren nur Batterie! Ach du Scheiß, kann ich da raus? Ich trau mich geil! Alter, leck mich doch fett, ey! Dieser kranke Psycho! Wo ist der? Wo ist der? Oh fuck, dammit! Hallo? Hallo? Ich hab Angst! Batterie! Oh fuck! Wo ist der, Alter? Leck mich doch am Arsch! Ich trau mich, ich trau mich gar nichts mehr! Ich hab so fucking Angst! Hallo? Ach, weißt du was? YOLO! Ist der hier irgendwo? Was ist das für ein Raum? Was? Oh, da ist eine Batterie! Batterien! Komm schon! Ach, da ist gar keine mehr! Oder? Nee! Alter! Hallo? 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 Was ist das für ein fucking Raum? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Yay! Ah! Oh Gott sei Dank! Ich bin grad so angespannt! Sorry, dass ich nicht so viel rede! Ich glaub der kommt jetzt schon wieder da rein hier! Der hat das bestimmt gehört! Der hat ja solche Lux-Ohren! Fuck! Scheiß Batterie! Nein! Ich bin grad so genügend! Ich bin grad so schnell! Ich bin grad so glücklich! Und dann ist das für den Weg! Ich bin grad so glücklich! Ich bin grad so glücklich! Oder auch nicht Oh, fuck Okay, ich glaub, der ist weg Oder? Ist der weg, Leute? Ist der weg? Ich weiß es nicht Fuck Alter Ich hatte noch nie so arg Angst vor einem Spiel Ganz ehrlich Da ist ja Dead Space gar nichts dagegen Ganz ehrlich, also wirklich Dead Space ist nix dagegen Gegen Outlast Ich kann schon kaum noch reden, weil ich so fucking Angst habe Okay, ich geh raus, YOLO Hallo? Okay, ich glaub, der ist weg Was muss ich denn jetzt machen? Ich glaub, jetzt muss ich Jetzt muss ich wieder zu der Gaspumpe da Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine Musik? Oh! Hallo? Da ist grad der Typ weggelaufen Ja Dahinten läuft er, glaub ich Dahinten ist er Ja Oder? Oder? Oder nicht Was ist das für ein Raum? Oh mein Gott Was ist das für ein Raum? Ich will hier weg Oh fuck, okay, da war gar nichts Was ist das für ein Raum? Zu Batterie Ah fuck, dammit Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Du bist so großartig. Was ist das für dich? Hallo? Ich hab so... Oh ne... Scheiß Batterie, komm schon schnell! Ok, jetzt oder nie? Jetzt oder fucking nie! YOLO! YOLO! Okay... Okay... Ich hab Angst! Wie komm ich jetzt wieder zurück? Oh fuck dammit! Hallo? 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 Wieso? Wo ist der? Schnell! Oh, schnell weg! Schnell, 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 schnell! Oh, das war nur das Wasser! Ah! Hallo? Oh Gott sei... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fühl mich innerlich grad zermanscht! Okay, jetzt muss ich zu diesem... Terminal-Dings zurück! Äh, ich glaub, das ist dieser Sicherheitsraum! Wie lang geht der Part jetzt? Wie lang geht der Part jetzt? 19 Minuten! Ähm, ich geh im nächsten Part dann wieder zu diesem Sicherheitsteil! Da hinten ist das glaube ich! Wieso hab ich eigentlich die Kamera an? Ähm... Sag mal, ist der... Was ist das da hinten? Das ist der Rollstuhlfahrer! WTF? 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 Da geh ich jetzt mal ganz kurz hin, Leute! Moment! Das will ich nur ganz kurz sehen! Ich glaube das ist so ein epiker Fail Alter, ein epiker Fail What the fuck, da kann ich gar nicht mehr hin Schade Das ist so ein epic Fail Ey ganz ehrlich Okay und mit diesem epischen Fail Werde ich den Part dann beenden Und ich hoffe wir sehen uns dann wieder Im Part, lasst mich überlegen 4 Genau, oh man ich bin fertig mit der Nerven Und ich hoffe wie gesagt Dass wir uns im nächsten Part wiedersehen Also bis dann, ciao Ich bin gerade geistig nicht mehr ganz da Weil die Hälfte von meinem Gehirn verschwunden ist Durch den Schockfach Also bis dann, ciao